Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute spielen wir wieder Quick-Ball oder was. Aufnahme-App, die ich nicht so gerne mag, aber gut, es hat keine bessere geworden als auf der Schnelle und dann ja. Okay, ich wollte das ja immer viel zu snacken. Oh Gott. Ja, der mag halt nicht immer dann den Klickspiel, das ist auch so. Nee, wirklich, der hat mich noch runtergekriegt. Ach, schade. Jetzt muss ich halt direkt aufpassen und alles mögliche machen, aber okay. Ich bau natürlich das ganze Bett jetzt ein. Okay, perfekt, ich hab mich eingebaut. Für eine schlaue Idee wäre es für dich, wenn du es einfach weggeben würdest, also was ich aus seinem Grundshaus jetzt machen würde. Äh, ich will ja nichts sagen, aber da, äh. Ich wollte es ja nur mal. Oh Gott, das hätte ich auch nicht erwartet. Ich hätte eher gedacht, sie killt ihn, weil sie sich auch schon so tricky von der Seite kommen. Das heißt, sie müsste auch ihren anderen Nachbarschaften killt haben und ja. Dann hab ich, warte ich mal, dass sie dann irgendwie besser spielen als der eine. Aber ist halt auch nur so ein Gedanke, weil ich hab auch so richtig die Kackgegner nicht mehr. Also, ich würde so gemeinten, Leute, die nicht so gut sind. Aber ist ja manchmal so. Warte, ich springe jetzt gleich hier runter mal. Okay, perfekt. Okay, perfekt. Schön, jetzt reingedrückt irgendwie noch. Es ist auch, wenn man auch von oben runter springt, das ist immer so. Also, ich mag das auch überhaupt nicht, aber gut. Man kann es halt leider nicht ändern. Okay. Ach man, ja, der Typ hat halt direkt das Zeug von der Mitte. Es ist halt auch ein bisschen kackelt, die Sache, aber... Kann halt nichts machen. Wo ist der Typ? Ist dann nicht ums Neaken, oder? Ich hoffe, er hat mal was gekauft oder so. Was soll ich denn sonst machen? Ich weiß ja nicht. Manche haben Leute Ideen. So ein... Ah, ich mein, das ist richtig, das hätte ich vergessen. Das ist ja so ein richtig guter Kripp, da ist, was passieren könnte. Ja, dass ich ihn runterkicke, aber... Oh, hat der... Ist ja gekillt worden von hinten. Warte, wer hat mich gekillt? Mich hat... Der schwarz gekillt. Okay, das sch... Das schwarze ist zu grün gelaufen. Ich bin turkis, wo ist grün? Ja. Okay, dann könnte ich nicht mehr in die Mitte gehen, das ist auch schön. Okay, ich sollte jetzt noch nicht runterfallen, aber ich muss halt schnell gehen, das ist auch das. Oh, 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 er wurde gekillt, er wurde einfach eisrack gekillt, er wurde geklatscht. Oh Gott. Das ist halt jetzt richtig bitter für ihn. Für mich halt richtig gut. Ich kann mir das ganze Zeug jetzt holen. Ich könnte von unten natürlich das Gold holen, aber weiß nicht, ob das jetzt für mich so sinnvoll ist. Nein, ja, ich hasse... Er ist so richtig, ich bin schon Winkel leider geflogen. Er ist halt leider richtig schön geflogen, dass ich mich so schön runtergeknackt habe können. Das ist jetzt kacke gelaufen, aber ja. Okay. Wir können es ja nochmal versuchen. Ach man, die Fliegen... Ja, ich hasse die gerade bei mir. Mir sind es jetzt gerade so übel viele. Okay, ich habe zu oben einen Grundweg. Ja, ich bin dann direkt in der Mitte. Ich weiß nicht, wie weit er so einen Weg hat. Ja, das ist ein bisschen umständlicher, okay. Das ist natürlich praktisch für mich. Kann ich immer das Gold voll einsammeln. Und dann irgendwo hinlaufen. Okay, und dann eher nach oben. Das ist der Pilz. Ups. Okay, ich habe ihn schon gesehen. Er ist da oben. Ich laufe halt schnell durch. Ja, wahrscheinlich laufe ich direkt zu dir hin. Ich bin nicht einfach idiot. Sieht sich so aus. Ich weiß es ja nicht. So, ich bekomme vier, fünf... Nein, eben nichts. Okay. So, dass ich ein Schwert kaufe. Perfekt. Und jetzt kann man ein Schwert kaufen, dass ich auch den gewissen Vorteil habe. Dann natürlich noch bessere Lederrüstung. Und ja, komm, zwei ja lassen wir. Das geht eigentlich schon klar. Okay. Wir können dann auch gleich zu ihm hin. Ich muss halt jetzt eh direkt nach... Genau für sowas, da habe ich die anderen mitgenommen. Okay, perfekt. Ihm schön hits gegeben. Und er ist auch geliebt. Tja. Zur Sicherheit kommt ihm jetzt Warpawler. Es könnte gut sein, dass es dann zu mir hin ist. Zu mir hin will. Und wenn ich ihn sehe, dann ja. Das ist auch kacke für ihn, weil er hat... Welche ist das noch? Der Gelb. Wo ist der Gelbe? Du bist eine Base. Mit der Pilzen ist auch ein bisschen komisch gemacht übrigens. Ist mir mal aufgefallen. Ich weiß es nicht genau, wo der Gelbe. Auch das hier. Schön. Ich gebe trotzdem jetzt erst mal mit dem Gold zurück, weil wenn ich es schon habe, was soll ich sie nicht benutzen. Okay, was könnte ich mir davon schönes machen, dass ich nicht so schön sterbe? Okay, erst mal eine Rettungsplattform 2, sagen wir. Gold Äpfel. 3. Und, weiß nicht, sonst noch die FD-Eier. Und dann die anderen Eier. Darf ich ihn noch? Äh, weiß ich nicht. Ich setze, okay. Da gibt es sich ja noch Zeit drauf. Ich habe auch, dass es übrigens so komisch auffällt. Also, das ist nicht nur, nicht nur beabsichtig, sondern auch nicht sogar. Weil dann kann er nicht so schnell hin. Was mir aufgefallen ist, ich kann mir einen Tracker kaufen. Ist halt jetzt wirklich, weil er darf mir jetzt nicht irgendwo von hinten oder sonst wo kommen. Wenn das ist, dann bin ich am Arsch. Und das ist direkt über mir. Ich habe es halt jetzt gemerkt. Ich werde jetzt wirklich weggelaufen. Oh Gott. Perfekt. Noch gewonnen. Und ja, ich meine, bis gleich zur nächsten Runde. Ja, bis gleich. Und willkommen zur nächsten Runde. Ich wollte schon fast hier den Anfang machen. Ist jetzt schon auch schon tot. Aber weiß nicht. Auch wenn man, wenn ich auch so nicht so ganz befürworter bin, dass man sich immer so hochbaut. Aber dafür, ja, ist klar, dass man, wenn man so einen kurzen Weg und alles hat, dass man da wirklich hochbauen sollte. Weil es ist ja dann nicht so hoch und dadurch, ja. Oh Gott. Kennt ihr das, wenn irgendwie, also wenn es jetzt mit, ups, jetzt habe ich auch zu schnell gemacht. Nach zu hoch, meine ich. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber gut. Gut. Das war es dann auch jetzt wieder mit der Runde und bis zum nächsten Mühler, oder? Nein. Das war richtig reingekackt einfach. Was, was, was ist denn reingekackt für ein Wort? Wenn das, was irgendwer schon mal gehört hat, außer von seinem dreijährigen Bruder oder Schwester oder sonst was, dann kann ich so wirklich gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich habe es vorhin noch nicht, nicht gehört. Okay, ich mache mal jetzt, oh. Was wirst du da, Hippar? Da. Ey. Danke. Ich will mir gerade Rüstung machen und der Typ unterbricht mich einfach. Das ist richtig unhöflich. Muss ich ihm schon sagen. Ich glaube, das erzähle ich ihm mal. Das unhöfliche Menschen. Ach Gott. Ach, ich will es ihm auch noch schreiben. Ich will es ihm wirklich schreiben. Das wäre so geil. Nee, nee Bist du blöd für? Was glaubst du? Ich bin ja nicht zu blöd dafür, oder? Ey man, der könnte mich jetzt easy runterkicken Was macht denn der da? Okay, er will halt irgendwie Als ob, als ob, okay Okay, nein, nein, jetzt stirbt Oh Gott Er hat sich genauso verkackt wie ich irgendwie Ist aber auch jetzt, wenn er es wundert ist Wenn ich ein bisschen das komisch mache, die ganze Sache dann Nicht wundern Ist da ganz normal Bin ja sogar zu blöd schnell, die Blöcke zu setzen Weiß ich nicht Zeigen Sie sich, müssen wir eine Hand aufwärben Wie ihr es beim Sport kennt Da werbt man sich auch auf und ich muss mit meiner Hand auch Oh Gott Da ist ein Loch Okay, dann hätten wir den gekillt Aber wo ist sein Bett? Ach so, das ist ja da ganz drüben Was ist denn da los? Man, da könnte ich eh gleich in die Mitte gehen Aber das ist auch richtig bitte eigentlich gewesen für ihn Ich habe das Bett abgebaut von ihm Okay, es geht eigentlich Warte, Block-Image Easy Ey man, wie keiner von denen irgendwas engst am Latt Nee, ich hab... Ach Gott Ich, weil, ja, jetzt natürlich gleich kann es Ich werde wahrscheinlich überhaupt nicht in PvP jetzt überhaupt nicht gut spielen Aber so und dachte mir so, hm, hätte ich vielleicht eher noch das Gold einsammeln sollen oder sowas Ja Es gibt immer so manche Sachen bei mir, da bin ich immer schnell eigentlich Das ist egal, wie lange eingespielt oder sonst was Das ist scheißegal Äh, es zum Beispiel jetzt mal kaufen Aber es gibt dann so Sachen Da ist dann wirklich Nee Ja, okay, ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Ich hab's Oh Gott Auch nur die Combo reingedrückt Was ist denn da los? Ich hab auch Komisch gespielt Der hat ehmals wahrscheinlich auch Richtig Ich weiß nicht Wahrscheinlich Wahrscheinlich überlebst du's Wahrscheinlich Wahrscheinlich Überlebst du nicht, okay Ich dachte mir schon Der Typ will ich fertig machen, aber Hat das wohl verkackt? Nee Okay, ich werfe, glaube ich, eins Deckel Wenn ich wirklich mal zu wenig habe Aber den anderen werfe ich mal runter Aber das nervt mich nur Okay Und der letzte ist Geheft Schön Hör mal rein Das war's mit dem Video Und ciao Bis zum nächsten Video, Leute Tschüss